Infektionswege Eine Infektion bezeichnet die Übertragung, des Haften bleiben und das Eindringen von Krankheitserregern in den Organismus mit anschließender Erregervermehrung. Als Erreger von Infektionserkrankungen kommen Bakterien, Viren, Pilze oder Einzeller in Frage. Die Übertragung auf den Menschen kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen, die meisten Erreger haben jedoch einen bestimmten, für sie typischen Übertragungsweg. Nicht jeder Mensch, der einen Erreger ausgesetzt ist, erkrankt auch an eine Infektion. Nur wenn sich das körpereigene Immunsystem nicht gegen die Krankheitserreger zur Wehr setzen kann, löst die Infektion eine akute oder chronisch verlaufende Erkrankung aus. Zudem sind nicht alle Erreger gleich ansteckend. Direkte und indirekte Infektion Bei einer direkten Infektion erfolgt die Übertragung des Erregers durch direkten Kontakt mit der nicht infizierten Person. Die Erreger geht dabei durch Berührung, das Einatmen infektiöse Tröpfchen oder durch Tierbisse auf den Wirtsorganismus über. Bei der Übertragung von Krankheitserregern über ein Transportmittel spricht man von einer indirekten Infektion. So können die krankmachenden Keime durch Lebensmittel, Wasser oder kontaminierte Gegenstände, aber auch über Insekten oder Nagetiere übertragen werden. Übertragungswege Erogene Infektion, Tröpfcheninfektionen, die krankmachende Erreger gelangen über Niesen, Husten, Sprechen oder Küssen in den Organismus. Eintrittspfoten in den Körper sind in diesem Fall die Schleimhäute der Atemwege. Häufig werden Viren auf diesem Weg übertragen, insbesondere die Auslöser grippaler Infekte oder der echten Grippe. Beispiele für Infektionen, die auch über größere Entfernungen erogen übertragen werden können, sind Windbocken oder Masern. Von den bakteriellen Erkrankungen werden Scharlach- und Meningokokkeninfektionen durch Tröpfcheninfektion übertragen. Plus mehr zum Thema, wie kann man der Influenza vorbeugen? Plus Kontakt- oder Schmierinfektion Bei Kontaktinfektionen werden die Erreger durch direkten Körperkontakt zwischen einer infizierten Person, oder einem Tier, und einer nicht infizierten Person übertragen. Ein Beispiel für eine solche Kontaktinfektion ist die mit Herpes-Simplex-Viren. Krankheitserreger können aber auch über Körpersekrete wie Speichel, Schweiß, Eiter oder Sperma übertragen werden. Infektionen mit dem He-Virus, Syphilis oder Tripper sind klassische Beispiele für sexuell übertragbare Erkrankungen. Auch Adenoviren werden über Kontaktinfektionen weitergegeben, sie lösen eine Binderhautentzündung aus. Eine Ansteckung erfolgt hier durch Berührung des Augensekrets und anschließende Weitergabe des Erregers. Erfolgt die Übertragung der Erreger über kontaminierte Hände oder Gegenstände, so wird die Infektion als Schmierinfektion bezeichnet. Gibt der Erkrankte einer nicht infizierten Person die Hand, können die Keime weiter wandern. Fäkal-orale Infektionen gelten als klassische Schmierinfektionen und spielen insbesondere bei Durchfallerkrankungen eine Rolle. Kleinste Spuren von ansteckenden Stuhlresten gelangen über die Hände weiter zum Mund. Vor allem Erreger wie Neuro- und Rotaviren werden auf diese Weise unbemerkt weitergegeben. Infektion über kontaminiertes Wasser und Lebensmittel Bei dieser Infektionsart kommt es zu keinem direkten Kontakt zwischen dem Infektionsträger und der neu infizierten Person. Die Infektion erfolgt über kontaminiertes Wasser sowie über verdorbene oder verschmutzte Lebensmittel. Durchbefallene Lebensmittel werden in erster Linie Brechdurchfälle übertragen. Zu den wichtigsten Bakterien, die Lebensmittelinfektionen auslösen, gehören neben Salmonellen auch Escherichia coli, Campylobacter und Listerien. Steht Wasser zu lange in Leitungen, kann das unter Umständen zu einer mikrobiellen Belastung durch Legionellen führen. Diese können in sehr seltenen Fällen eine lebensgefährliche Lungenentzündung hervorrufen. Auch beim Baden in verunreinigten Gewässern oder bei Genuss von nicht aufbereitetem Wasser können Krankheitserreger übertragen werden. Im Schwimmbad besteht zudem die Gefahr einer Infektion durch Erreger im feinen Sprühnebel von Wasser rutschen, der eingeatmet wird. Neben Salmonellen gehören auch andere Durchfallbakterien wie Campylobacter oder E. coli zu den Erregern, die über Fäkalien ins Wasser gelangen können. Infektion über Blut und biologische Flüssigkeiten Einige Infektionskrankheiten können durch Blut oder andere Körperflüssigkeiten, Speichel, Sperma, übertragen werden. Besondere Bedeutung kommt hier dem He-Virus und den Hepatitis-Viren B und C zu. Infektionen können auch durch Nadelstichverletzungen oder medizinische Eingriffe, Katheterisierung, ausgelöst werden. Infektion durch den Biss oder Stich blutsorgender Insekten ausgehend von einem infizierten Wirtstier, wird der Erreger über einen Überträger, Vektor, an den Menschen weitergegeben und gelangt so in die Blutbahn. Die Überträgertiere erkranken in der Regel selbst nicht. Borreliose und frühsamer Meningöncephalitis werden über den Stich einer Zecke, gemeiner Holzbock, übertragen. Weitere Beispiele für vektorbedingte Infektionserkrankungen sind Malaria, Doivote sowie Hepatitis B und C.